Hi, ich bin Speedlimit und zwei big fette Daumen für euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, seid ihr auch schon in Weihnachtsstimmung? Nicht? Keine Sorge, ich weiß schon, wer euch da auf die Sprünge helfen kann. Ja, die Alexa nämlich. Und zwar sage ich euch gleich nach dem Intro. Bleibt dran! Ja, da bin ich wieder. Worum geht's? Ihr seht's, die Alexa ist in Weihnachtsstimmung. Und zwar habe ich heute durch Zufall eine Funktion entdeckt, wo ich es ziemlich schmunzeln musste. Aber auch ziemlich nice fand. Ja, aber wenn ihr nicht unter dem Weihnachtsbaum singen wollt, oder wenn ihr keinen Bock habt, irgendwie vor Oma, Opa und den ganzen Familienangehörigen euch zu blamieren, lasst es doch sie machen. Genau. Und zwar, die Alexa kann Weihnachtslieder singen. Ihr glaubt es nicht. Ich habe es auch nicht geglaubt. Aber das will ich euch jetzt gleich zeigen. Deshalb ist es ein kurzes Tutorial. Und fragen wir mal sie, was sie singen kann. Alexa, sing mir ein Weihnachtslied. Ja, cool, nicht? Und das ist nicht alles. Sie kann nämlich mehrere Weihnachtslieder, wie ich festgestellt habe. Das probieren wir gleich mal aus. Und zwar fragen wir sie nochmal, ob sie uns ein Lied vorsingen kann. Alexa, sing mir ein Weihnachtslied. Kling, Glöckchen, klingelingeling. Kling, Glöckchen, kling. Ja, ist zwar kurz, aber lustig und für einen Party-Joke immer gut zu haben. Fragen wir sie nochmal. Alexa, sing mir ein Weihnachtslied. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Dann fragen wir sie nochmal. Alexa, sing mir ein Weihnachtslied. Kling, Glöckchen, klingelingeling. Kling, Glöckchen, kling. Alexa, sing mir ein Weihnachtslied. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Ja, ihr habt es jetzt gehört. Also sie kann Weihnachtslieder singen. Und zwar sind das auch deutsche Weihnachtslieder, was ich nicht gedacht hätte. Ja, so viel dazu. Das sollte jetzt nur ein kurzes Tutorial sein. Und ich wollte euch mal zeigen, was die Alexa drauf hat. Und ja, ihr seht ja bald wieder ein neues Video von mir. Ich hoffe, ihr habt das letzte Video von mir gesehen. Das habe ich heute hochgeladen. Schaut mal rein. Ist auch ziemlich interessant. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bis bald. Alexa, sing mir ein Weihnachtslied. Schnee, Flöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken. Dein Weg ist so weit. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past. Now we all right. Hey, hey. Hey, Lani, I got you. Hey, hey. We put the good in the good in the good life.